Frau Dobner, Herr Stadler, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst danken Ihnen, Herr Stadler, für diese freundlichen Worte der Einführung, die mich persönlich etwas erinnert haben an Don Camillo, der ja anlässlich einer Laudatio auf seine Person ein Stoßgebet zum Himmel gesandt hat, mit der Bemerkung, verzeihe diesem liebenswürdigen Manne seine Übertreibungen und verzeihe mir, dass ich sie so gerne gehört habe. Meine Damen und Herren, erlauben Sie, dass ich zunächst selber von eigenem Herzen Peter Sloterdijk's Jubiläumsglückwünsche ausmittle. Peter bedauert zutiefst, dass er nicht hier sein kann heute Abend und ich betrachte es als ein großes Privileg, seine Festrede Ihnen vortragen zu dürfen. Eine Festrede, die er gegliedert hat in vier Kapitel mit einer Einleitung und die im Grunde die Gegenwelt darstellt, zum großen Begriff ihres Jubiläums der Ordnung, nämlich der freien Fall in die Unordnung, in das Chaos, womit diese Rede in einem kryptischen Zusammenhang steht, wie ich meine, mit seinem großen Buch, mit dem Titel Die Kritik der zynischen Vernunft, wo er in dem großen Goethe-Kapitel hingewiesen hat auf die Gestalt, auf die Gegengestalt zu dem Thema ihres Jubiläums, auf Mephisto, der sich ja selber empfiehlt dort, in der Faust-Tragödie mit den Worten Hier stehe ich schon, des Chaos, viel geliebter Sohn. Und der ja im Gespräch mit Gott, dem Herrn, im Prolog im Himmel, den Weg zeigt, der in dieses Chaos führt, indem er über den Menschen sagt und damit Gott anklagt, Meine Damen und Herren, ich lese Ihnen also diese Festrede vor und werde dazu am Ende, wenn Sie erlauben, noch eine kurze Bemerkung machen. Gewöhnlich hat man die epochale Qualität der Suggestivfrage des tollen Menschen in Nietzsches viel zitierten Paragrafen 125 der fröhlichen Wissenschaft überhört. Die Frage lautet, stürzen wir nicht fortwährend? Man hat es überhört, weil man kaum je den Versuch unternahm, sie aus ihrem Kontext zu lösen, um sie als Einzeläußerung zu erwägen. Nietzsche hatte es selbst alles getan, die Bedeutung der Frage zu verdecken, indem er sie in eine Kaskade gleich großer Formulierungen einbettete, mit denen er die dem tollen Menschen in den Mund gelegte Botschaft vom Tode Gottes einläutet, mit der Frage, was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Denn stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? So unerhört jede einzelne dieser Wendungen sein mag. Im Rückblick wird erkennbar, dass die Frage, stürzen wir nicht fortwährend, eine alles betreffende Diagnose zum Seinsmodus der modernen Welt impliziert. Und zwar, indem sie in der durchschnittlichen Art und Weise des aktuellen Daseins ein ständiges Gleiten und Stürzen konstatiert. Nach Form bedeutet hier, weg von der alten Mitte der Sicherheit, weg von allem, was vormals Zustand, Maß und guter Grund gewesen war. Wenn Sturz und Überstürzung eins sind, ist Gott in den Vehikeln dieser Bewegung tot. Wer dem unheimlichen Bild vom Sturz nach vorne den Vorzug gibt, erscheint in den Augen der Fortschrittlichen wie ein boshafter, blinder Passagier an Bord eines Schiffes, das dank der Arbeit der anderen, zielsichere, der hellen Zukunft entgegenfährt. Wer hingegen an einen garantierten Fortschritt glaubt, ist in den Augen derer, die überall den Sturz nach vorne spüren, ein schlafwandelnder Philister, der schon vom Dach gefallen ist und noch im Sturz den vorwärts liest. Wenn also Madame de Pompadour sagt, nach uns die Sintflut, wenn der tolle Mensch fragt, stürzen wir nicht fortwährend, so nehmen diese Kommentatoren eine Anleihe bei der Grundstimmung des jüngeren europäischen In-der-Welt-Seins, wonach die Verhältnisse im Vergleich zu älteren Befunden über das Ständische und Stehende stark in Bewegung geraten sind. Trunken soll jetzt das Schiff im Ganzen sein, nicht mehr nur der torkelnde Matrose. Weil in der Moderne die Traditionsfäden reißen, nimmt das Risiko fortwährend zu, dass die Individuen zu Kindern ihrer Zeit unbekannten Typs werden und in der Regel werden sie es in dem Augenblick, in dem der, der die epochentrennende Abbruch der Filiation sich in ihre Psyche einprägt. Das heißt, als nach dem revolutionären Einschnitt der französischen Revolution mit einem Mal Zehntausende, Hunderttausende, ja Millionen analoger Filiationsrisse sich summierten, weil die neuen addierten Subjekte als Legionäre des Augenblicks mobilisiert, sich in ihre vermeintlichen oder gebotenen neuen Chancen stürzten, als Emigranten, als Unternehmer, als politische Rebellen, als Scharlatane, als Verbrecher, als Künstler, als Sportler, als Vorsprecher von Bewegungen, als Kolumnisten, ja als Chefredakteure und als Parteiführer. Da wählte das vorbildlose und massenhafte Amalgam aus Ansprüchen auf erhöhtes Leben einen konventionellen, unauffälligen und plausiblen Namen. Hervorgegangen aus dem revolutionären Hiatus stellte das Ensemble der Geschöpfe des Diskontinuums sich selber als die sogenannte bürgerliche Gesellschaft vor. Kapitel 1 Im freien Fall Die Freiheit Die Labelisierung, die Destabilisierung der bürgerlichen Filiationen spiegelt sich im Aufstieg des Begriffs Freiheit zum theoretischen Leitwort und ethischen Leitwert der Kulturen nach dem Hiatus der französischen Revolution wieder. Im Klima der Desorientierung gedeiht das Pathos der Wahlfreiheit am besten. Nur die Entkräftung der Vergangenheit bewirkt, dass Menschen sich selber frei wählen oder erfinden. Die Freien sind nicht nur jene, die einen Herrn abgeschüttelt haben. Sie sind auch die, die man ohne Erklärung auf offener Straße stehen gelassen hat. Allerdings fragt man sich angesichts der Dynamik der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation, was denn die Freiheit noch ausrichten kann und ob inzwischen nicht die Logik der Sachen längst gesiegt hat und man dabei ist, von der eigenen Zivilisation verbrannt zu werden, wie das Arnold Gehlen einmal formuliert hat. Ist vielleicht dieser Zivilisationsprozess selbst zu etwas Unheilvollem und deshalb Bösem geworden? Hat der Mensch sich mittels der Zivilisation von der Natur emanzipiert, damit nun die Zivilisation sich ihrerseits vom Menschen emanzipiert? Stecken wir inzwischen machtlos in diesen Prozessen wie in einer Lawine, die unaufhaltsam zu Tal donnert? Kapitel 2 Die schiefe Ebene oder der zivilisationsdynamische Hauptsatz Wer vom Offenen spricht, rührt an das Grundgefühl unseres Weltalters. Die Dimension Offenheit aber klafft vor allem nach vorne auf beziehungsweise nach vorne unten. Die Jahrmärkte haben hierauf seit Längerem reagiert und setzten kreischende Menschen in Selbsterfahrungsmaschinen, die man Achterbahnen nennt. Auf instinktive Weise weiß Wachelsleben unfreiwillig mehr, als ihm lieb sein kann, von den Verlegenheiten des Daseins auf der nach vorne geneigten schiefen Ebene. Der Grat des Neigungswinkels unterliegt dem Streit. Den nennen die höflichen Politik. Die Unmöglichkeit, moderne Welt- und Lebensprozesse mithilfe von Symmetrieforderungen und Gleichgewichtsmodellen zu begreifen oder gar zu steuern, prägt sich dem zeitgenössischen Empfinden in allen Gebieten der Wahrnehmung mit zunehmender Dringlichkeit und wachsender Unheimlichkeit auf. Sogar im Lager der unentwegt Progressiven beginnt man allmählich zu verstehen, dass das Chaos die Regel ist, von der die Ordnung die unwahrscheinlichste der Ausnahmen bildet. Das heißt, aus dem zivilisationsdynamischen Hauptsatz, wonach die Summe der Freisetzungen von Energien im Zivilisationsprozess regelmäßig die Leistungsfähigkeit kultivierender Bindekräfte übersteigt, lassen sich je nach Grundstimmung und Geschmack des Interpreten tragische oder auch erheiternde Folgesätze ableiten. Zum Beispiel, es werden im geld- und zinsbewegten Wirtschaftsgeschehen von Gläubigern stets mehr Kredite an Schuldner herausgereicht, als sich durch angemessene Rückversicherung in Pfändern und realistischen Leistungserwartungen je besichern lassen. Es werden von Schuldnern in modernen Tauschgesellschaften, namentlich von Regierungen sogenannter souveräner Staaten, stets sehr viel mehr Kredite aufgenommen, als sich jemals mit Bonafide Rückzahlungsabsichten rechtfertigen ließe. Es werden auf den Feldern moderner Politik und Kultur stets mehr Täuschungen, Wahnkonzepte und Angebote an die Deliriumsbereitschaft des Publikums in die Welt entlassen, als je in realistische Vorhaben reintegriert werden können. Und es wird im Lauf der modernen Lockerung der Sitten und ihrer Bilderwelten stets mehr erotisches Begehren aufgereizt, als durch lizenzierte Sexualität zu absorbieren wäre. Es werden durch die Ausstrahlung der Bilder reichen Lebens weltweit fortwährend mehr Forderungen nach Teilhabe an Gütern und Statussymbolen hervorgerufen, als jemals durch nichtkriminelle Formen der Umverteilung von Wohlstand befriedigt werden können. Es werden der Problemlösungsfähigkeit künftiger Generationen zunehmend mehr Aufgaben aufgebürdet, als diese durch die Übernahme des Kompetenzerbes vorangehender Generationen und dessen Ergänzung durch eigene Erfindungskräfte meistern könnten. Es werden weltweit mehr Abfälle aus Konsum- und industriegesellschaftlichen Lebensformen generiert, als sich auf absehbare Zeit in Recyclingprozessen resorbieren lassen. Es werden in Menschenkörpern der wohlhabenden Sphäre ständig mehr Fettreserven aufgebaut, als durch Bewegungsprogramme und Diäten abzubauen sind. Es werden in aller Welt viel mehr Wünsche nach Objekten des Konsums und des Genießens stimuliert, als durch real erarbeitete Güter bedient werden können. Meine Damen und Herren, die entropischen Konsequenzen aus diesem zivilisationsdynamischen Hauptsatz sind evident. Nämlich bei Fortschreiten der Mobilisierung werden die Freisetzungen den moderierenden Instanzen mit wachsender Fluchtgeschwindigkeit davonlaufen, wobei die Monetarisierung die Funktion des Mediators zufällt. Kapitel 3. Im freien Fall das Geld. Am 15. August 1971 gab der amerikanische Präsident Richard Nixon die Abkehr der Vereinigten Staaten vom Prinzip der Golddeckung des Dollars bekannt. An eben dem Tag, an dem die katholische Kirche die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel feiert, begann vor den Augen der ganzen Welt die Höllenfahrt des postmodernisierten Geldes. Das geschichtemachende Novum, das mit der Schaffung des Bretton-Woods-Systems besiegelt und durch seine Außerkraftsetzung nach einem Vierteljahrhundert umso mehr offengelegt wurde, bestand nicht so sehr in dem Regelwerk als solchem. Es lag vielmehr in der Entdeckung, wie es gelingt, ökonomische Expansion, in aktueller Terminologie heißt das, das sogenannte permanente Wachstum, vorübergehend auf Dauer zu stellen, ohne sich über die Möglichkeit globaler Rückschläge vom Typus der großen Depression größere Sorgen machen zu müssen. Da aber ein Wirtschaften jenseits der altehrwürdigen Gleichgewichtskonzepte logisch und moralisch immer noch nicht denkbar erscheint, ob schon es praktisch längst vollzogen wird, erlebt sich die Welt im Ganzen ökonomisch, politisch, kulturell und alltäglich in einer chronischen Drift zu schwindelerregenden Zuständen. Schon redet ein Autor wie der Nobelpreisträger Josef Sticklitz ohne Reserve von dem freien Fall, in dem sich das System befinde. Als Metapher für bodenlose Zustände in der aktuellen Drift mag die Rede vom Free Fall gut gewählt sein. Als Diagnose aber über Fehlfunktionen der Märkte ist sie zugleich die pure Irreführung, da sie die Komplizenrolle der Staaten beim Übergang in den Fallmodus außer Betracht lässt. Nämlich das politökonomische System befand und befindet sich seit dem Ende der Bretton-Woods-Ära nicht im freien, sondern im politisch gewollten, ja vielleicht sogar kalkulierten Fall. Kapitel 4 Die Grenzen im freien Fall Unter Nationalmenschen verstehe ich einen Sozialkarakter, der in Europa während der letzten 200 Jahre entstanden ist und bei dem das Leben in den Formen des Nationalstaats zur zweiten Natur geworden ist. Was aber die sogenannte Globalisierung mit den Menschen in diesen Nationalstaaten anstellt, ist im Grunde dies, dass wir nämlich von einer Gesellschaft der starken Wende, man könnte auch sagen von einer Gesellschaft der dichten Container, uns auf eine Lebensform umorientieren, die man mit dem Prädikat besonders dünnwandig auszeichnen darf. Ja, wir sind heute bei der Einwanderung in europäische Länder mit Verhältnissen konfrontiert, in denen die sozialen und politischen Immunsysteme auf unvorhergesehene Weise durcheinandergewirbelt werden. Mit dem Resultat, dass die Suche nach Identität und Immunität zunehmend von kollektivistischen auf individualistische Strategien umstellen muss. Wir sehen, wie Teile der Bevölkerung dieses Reizthema in einer Weise beantworten, die man am besten mit einer allergologischen oder immunologischen Optik beschreiben kann. Dergleichen Reaktionen sind ernst zu nehmen, weil es heute auf breiter Front darum geht, das Immunverhalten der Menschen von der Orientierung am umfassenden Schutzstaat auf Selbstschutz und Selbstsorge umzuprogrammieren. Das ist es, was die Gesellschaft der Gegenwart mit einer großen Unruhe in Bezug auf ihre künftigen Zustände erfüllt. Was die politische Sphäre im Ganzen anbelangt, so wird sie ihre Aufgabe unter den veränderten Bedingungen der dünnwandigen Welt umso besser erfüllen, Je mehr es ihr gelingt, sich gegen die Überforderungen abzugrenzen, die von einer aufgereizten Wunschgesellschaft auf sie projiziert werden. Meine Damen und Herren, dies ist das Ende der Festrede, aber erlauben Sie mir eine persönliche Ergänzung. Und ich denke, das ist im Sinne von Peters Lotherteig. Wenn der Eindruck entstehen sollte, dass diese Festrede dem Schicksalslied von Friedrich Hölderlin folgt, wo es ja heißt, von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab, so ist das ein Irrtum. Peters Lotherteig hat das Gegenteil in Wahrheit im Sinn. Und es ist angedeutet mit den Worten Selbstschutz und Selbstsorge, die Sie gerade gehört haben. Gemeint ist, dass es die Möglichkeit gibt für ihn, dass diese aufgereizte Wunschgesellschaft, das Wort haben Sie zum Schluss gehört, sich bereit erklärt, sich auf den Weg macht, das umzusetzen, was Peters Lotherteig in seinem Buch statuiert hat, das einem Zitat von Rilke folgt mit dem Titel Du musst dein Leben ändern. Und zwar im Sinne einer globalen Ethik der Mäßigung. Peters Lotherteig hat hingewiesen auf jenen Philosophen, der vor 2500 Jahren Diogenes von Zinope es gewagt hat, den Begriff des Weltbürgers zu statuieren und der damit verbunden hat den Satz Glücklich ist nur der, der weiß, dass er genug hat. diese globale Ethik der Mäßigung ist gar nicht das, was sich wirklich überhaupt nicht realisieren lässt. Peters Lotherteig hat mich selber aufmerksam gemacht, dass dieses durch Übung erreicht werden kann. Er hat mich auf jene Gestalt aufmerksam gemacht, die Sie bei Goethe finden, im zweiten Teil der Faust-Tragödie, die Goethe allerdings versiegelt hat, weil er davon ausging, es ist Pflicht dem anderen nur das zu sagen, was er aufnehmen kann. Aber ich denke, wir können es heute aufnehmen. Das ist die Gestalt des Astrologen, der den Weg weist, wie durch ständige Übungen der Mäßigung dieser Weg beschritten werden könnte. Im Augenblick, in der eine hedonistische Gesellschaft die im Grunde bereits sich in einem Zustand befindet, in der sie Geldschöpfung vollzogen hat, ohne irgendeine Wertschöpfung, im Gestalt von Papiergeld an der Kaiserpfalz, und die sich nun mit diesem virtuellen Geld die Taschen vollgestopft hat, tritt plötzlich der Astrolog auf und sagt etwas, was ihn unbeliebt macht, aber ich möchte es Ihnen trotzdem sagen. Er sagt, erst müssen wir in Mäßigung uns fassen, das Obere durch das Untere verdienen. Wer Gutes will, der sei erst gut. Wer Freude will, besänftige sein Blut. Wer Wein will, kältere selber reife Trauben. Wer Wunder will, stärke seinen Glauben. Ich glaube, dass Peter Soterdijk davon überzeugt ist, dass wir auf, wie es Nietzsche gesagt hat, wie auf einem asketischen Stern leben. Askain ist das Wort, aus dem das Wort Askese stammt und das heißt im Griechischen üben, üben, üben. Die Mäßigung lässt sich üben. Und ich denke, dass dies eigentlich das Geheimnis ist, das vielleicht als hinter der Festrede steht, dass wir eigentlich die Mäßigung verstehen können, im Sinne von Peter Soterdijk, als eigentliches Geheimnis für die Wiedergewinnung einer humanen Ordnung. Und ich denke, das ist optimistisch zu verstehen, auch wenn Karl Kraus behauptet hat, Optimismus ist Mangel an Information. Aber ich möchte mich gerne mit Ihnen an den großen österreichischen Komödiendichter Nestreu halten, der gesagt hat, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, aber erst dann. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus